Star Life Paint Edger Die Geschwindigkeit eines Farbrollers mit der Präzision eines Pinsels. Das Geheimnis besteht aus dem Multifunktionsroller, der sich in präziser Entfernung zur Kante befindet. Und dem kleinen Streichpinsel, der jederzeit das Ziel gestochen scharfer Kanten sowie präzise Streichlinien garantiert. Was vorher Stunden gedauert hat, kann nun in wenigen Minuten erledigt werden. Streichen Sie Ihre Räume in der Hälfte der Zeit. Sogar Badezimmer sind im Handumdrehen fertig. Verzichten Sie auf Abklebeband. Der Seitenkantenschutz ist speziell dafür konzipiert, dass Decken oder Kanten nicht mit Farbe beschmutzt werden. Also Schluss hiermit. Und auch hiermit. Einfach jederzeit perfekt gezogene Streichlinien. Und die Farbrollen sind abnehmbar, waschbar und wiederverwendbar. Star Life Paint Edger ist das unverzichtbare Werkzeug für Renovierungsarbeiten. Zum Streichen um Türen und Fenster herum und auch von engen Stellen. Es kommt überall hin. Ich liebe Star Life Paint Edger. Ich muss keinen professionellen Maler mehr beauftragen. Jetzt bin ich selbst eine professionelle Malerin. Ich habe so viel Geld für Abklebeband ausgegeben, meine Wände vorbereitet. Der Zeitaufwand für meine Projekte wurde immer größer. Mit Star Life Paint Edger bin ich in der Hälfte der Zeit fertig und spare auch noch Geld. Star Life Paint Edger ist wirklich der schnellste und einfachste Weg, um wie ein Profi zu streichen. Also verabschieden Sie sich von Durcheinander Farbspritzern und Abklebeband. Und Star Life Paint Edger ist das einzige Werkzeug, das Sie für all Ihre Malerarbeiten benötigen. Kaufen Sie sich Ihr Exemplar jetzt!